Jeder liebt Eminem. Oder nein! Der Rapper The Game hat jetzt auf jeden Fall einen 10 Minuten langen Diss-Track gegen Eminem rausgebracht. Mit dem Namen The Black Slim Shady. All I got is my word, my d*** and my Mac-10. The one thing you'll never have is my m*** black skin. Dabei waren The Game und Eminem eigentlich Freunde und die waren sogar auf dem selben Label. Und jetzt disst der Em. Aber nur weil Eminem der Rap-Gott ist, heißt das nicht, dass irgendwer den nicht dissen kann. Ich finde, das gehört sogar zur Kultur. Hip-Hop. Diss ihn. Oder mach dis alle. Wie findest du den Diss und glaubst du, dass Eminem noch antworten wird? Ich persönlich glaube ja...